Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Mit diesem Video beginne ich eine neue Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Kaufland. Mit euch zusammen möchte ich den Verkauf auf dem Marktplatz starten und möchte in diesem Video mit der Registrierung beginnen. Zuvor schauen wir uns an, welche Möglichkeiten uns Kaufland hier als Händler bietet. Viel Spaß und bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Wie angesprochen, möchte ich hier mit euch gemeinsam den Verkauf auf dem Marktplatz Kaufland starten. Doch zuvor schauen wir uns natürlich die Daten an und welche Möglichkeiten uns hier Kaufland als Händler zu bieten hat. Kaufland kennt man ja eigentlich als ein Lebensmittelladen, wo man dann groß einkaufen kann. Aber man sollte auch den Kaufland-Marktplatz nicht außer Acht lassen und nicht unterschätzen. Wie ihr sicherlich vielleicht mitbekommen habt, war real.de früher als Marktplatz gegeben. 2021 hat jedoch Kaufland real.de gekauft und dementsprechend hat sich das Ganze hier auf kaufland.de alles umgestellt. Und seitdem ist kaufland.de als Marktplatz hier in Deutschland vertreten. Lass uns mal einen Blick auf die Seite hier werfen und schauen, was hier denn Kaufland als Marktplatz auszeichnet. Kaufland wirbt hier mit 32 Millionen Besucher pro Monat. Das ist eine ganze Menge. Dementsprechend sehe ich hier Potenzial. Wir haben hier über 5000 Produktkategorien, die hier gegeben sind. Und wir haben hier ein Single Sign-Up. Das bedeutet, wir können mit einem Konto auf verschiedenen Marktplätzen verkaufen. Wir sehen hier, zu Deutschland haben wir noch die Slowakei und wir haben die Tschechische Republik als Marktplatz, die wir hier mitbedienen können und auf denen wir unsere Produkte verkaufen können. Ich denke, mit der Zeit werden hier auch andere Marktplätze folgen von Kaufland. Dementsprechend sollte man hier von Anfang an dabei sein. Und lass uns mal weiter schauen. Wir haben hier sogar ein Angebot von Kaufland, Early Bird Angebote. Das bedeutet, wir können hier schon bereits vom 12.04. bis jetzt kurz zum 11.10.2023 für 0 Euro monatlich Gebühren und 0 Euro Provision auf den jeweiligen neuen Marktplätzen Kaufland Tschechien und Kaufland Slowakei unsere Produkte anbieten und starten. So, gucken wir uns mal das Modell an, die Grundgebühr an, die uns der Marktplatz hier von uns verlangt. Und wir haben hier zwei Modelle, ganz einfach gestaltet für 49,90 Euro. Was bietet uns hier Kaufland? Eine Grundgebühr für den Zugang aller Marktplätze, unbegrenzte Anzahl an Produkten, vielfältiges Marketing und so weiter. Zusätzlich haben wir eine Verlinkung zu unserem Online-Shop, die wir hier bekommen mit dem größeren Paket. Das kleinere Paket ist eigentlich identisch, nur 10,05 Euro günstiger, bietet aber nicht die Verlinkung zu unserem Online-Shop. Das bedeutet, wenn du einen eigenen Online-Shop hast, würde ich dir dieses Modell empfehlen, weil für 10 Euro hast du hier die Möglichkeit, extern Kunden zu gewinnen und diese dann auch für dich zu behalten. Schauen wir uns an, was uns Kaufland hier noch zu bieten hat. Wir haben, wie schon gesagt, 32 Millionen Besucher monatlich alleine auf kaufland.de. Wir haben hier eine hohe Markenbekanntheit mit 1450 Filialen in acht Ländern sogar. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir hier auch in anderen Ländern noch weitere zusätzliche Marktplätze, Online-Marktplätze bekommen. Und wir haben hier länderspezifische Vertriebskanäle, die hier uns der Marktplatz bietet. Einfaches und unkompliziertes Verkaufen durch den Zugang zu Marktplätzen, verschiedenen Marktplätzen. Wir haben hier auch die Möglichkeit, unsere Produkte über Rest-API oder CSV-Dateien oder einfaches manuelles Inserieren von Produkten. Und wir haben hier 70 angebundene Software-Schnittstellen, die wir nutzen können, um auf dem Marktplatz das Ganze unkompliziert zu verwalten. Weiteres und zwar verbietet hier Kaufland weitere Services an, um den Wachstum noch weiter nach vorne zu treiben. Das werden wir uns auch in den nächsten Videos alles anschauen und schauen, wie wir das Ganze auch optimieren können für unseren Verkauf. Wir haben verschiedene partnerschaftliche Zusammenarbeiten, die hier auf Kaufland macht. Kommen wir mal zu den Konditionen. Faire und transparente Konditionen verspricht uns hier Kaufland. Ich klicke einmal drauf und schaue, was hier an Provisionen verlangt werden für jeweilige Kategorien. Wir sehen hier, das Ganze beginnt mit 7% bis 16% wie ich sehe für Schmuck, mit 7% für Computer und Elektrogeräte und so weiter und so fort. Das kannst du dir einmal anschauen, welche Kategorien du verkaufst und dementsprechend hast du hier deinen Prozentsatz. Alle weiteren Kategorien, die hier nicht aufgelistet sind, sind mit 13% verhältnismäßig gut, also im Verhältnis zu Amazon definitiv. Aber ist es denn wirklich der Reichweite entsprechend oder nicht, das werden wir in der Zukunft auch sehen. So, so viel dazu. Dann würde ich einfach mal sagen, klicken wir hier oben auf Registrieren und dann kommen wir hier direkt auf die Seite, wo wir dann das Paket einmal wählen. Also für mich habe ich natürlich dieses Paket gewählt, weil ich auch einen eigenen Online-Shop habe. Dementsprechend habe ich das Ganze hier angeklickt. Du kannst das natürlich für dich wählen. Als allererstes bekommen wir diese Maske, wo wir unseren Namen und Vor- und Nachnamen eingeben und E-Mail-Adresse und Passwort. Und wir haben hier direkt die Möglichkeit, uns schon über die jeweiligen AGBs und Händlergrundsätze zu informieren. Das solltest du dir unbedingt natürlich genauestens anschauen und alles durchlesen. Zahlungsdienstleister, Rahmenvertrag musst du natürlich auch eingehen, denn die Zahlung läuft über Kaufland und wird im Takt von 14 Tagen immer ausgezahlt. Wir haben hier auch eine Liste von nicht zugelassenen Produkten. Die schauen wir uns auch mal kurz an. Das solltest du dir unbedingt vorher auch natürlich anschauen, bevor du deine Produkte inserierst. Und diese Liste beinhaltet einiges an Produkten. Schlussendlich kann man das eigentlich so sagen. Alles an gefälschte Ware, Plagiate, irgendwas mit Glücksspiel zu tun hat. Aber auch Waffen sehe ich hier. Und Munition sollte man natürlich nicht anbieten, sowie auch Drogen. Aber schau es dir unbedingt natürlich an, bevor du hier den Verkauf startest und dann gesperrt wirst auf dem Marktplatz und gegebenenfalls noch weitere rechtliche Schritte mit nach sich ziehen. Genau. Und dann musst du natürlich das Ganze hier alles akzeptieren, bevor du das Ganze überhaupt, die Registrierung beginnen kannst. Den letzten Punkt ist dir freigestellt, ob du hier ein Newsletter anmeldest oder nicht. Der nächste Schritt sieht wie folgt aus. Da müssen wir dann unseren Account einstellen für den Marktplatz. Und hier haben wir direkt als allererstes, wie möchtest du deinen Online-Shop nennen. Und da gibst du das Ganze an. Wie gesagt, wenn es mit deinem Produkt zu tun hat, dann kannst du natürlich das Ganze wählen, wenn du schon einen Namen hast. Auf anderen Marktplätzen würde ich den genauso übernehmen. Als nächstes wählen wir unser Sortiment. Wie viele Produkte möchten wir im Durchschnitt anbieten? Und da gibst du das natürlich an. Dann haben wir hier die Möglichkeit, schon Kategorien zu wählen. Welche Kategorien möchten wir verkaufen? Wenn du hier diese Kategorien, irgendwelche davon schon anbieten kannst oder anbietest, dann wählst du das natürlich. Falls deine Kategorien hier nicht mit aufgelistet sind, dann lässt du den Punkt hier auf bei dem ersten stehen. So, Aktionscode einlösen. Ihr könnt hier einen Aktionscode einlösen. Falls ich einen bekomme, werdet ihr unten in der Videobeschreibung den zur Verfügung gestellt bekommen. Sowie auch alle weiteren Informationen zu dieser Videoreihe. So, und als nächstes, wo sind wir hier darauf aufmerksam geworden? Hier könnt ihr beispielsweise YouTube anklicken. Durch mein Video seid ihr da raufgekommen. Kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar allgemeine Angaben. Und hier müsst ihr dann wählen, seid ihr eine natürliche Person? In dem Falle habt ihr nur eine Gewerbeanmeldung. Habt ihr hier ein Einzelunternehmen? Oder seid ihr eine Personengesellschaft oder eine juristische Person? Ja, das solltet ihr definitiv gut wählen. Also, der erste Punkt ist Einzelunternehmer. Und der zweite Punkt ist hier eine Personengesellschaft, zum Beispiel eine Rechtsform wie eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH und so weiter. Wenn ihr das dann gewählt habt als natürliche Person, gibt ihr hier in der Regel euren Vor- und Nachnamen als Firmenunternehmenname ein. Und die Rechtsform Einzelunternehmen. So, und dann folgt der nächste Schritt. Eure Umsatzsteuer-ID gebt ihr hier an. Und ihr wählt natürlich auch zu Anfang direkt, ob ihr an der One-Stop-Shop-Methode daran teilnehmt. Das bedeutet, wenn ihr ins Ausland verkauft, dann müsst ihr hier das Ganze hier mit angeben. Und hier muss die Umsatzsteuer dementsprechend auch mit angegeben werden. Die ist in der Regel eure eigene aus Deutschland. Wenn ihr euch aus Deutschland für die One-Stop-Shop-Methode angemeldet habt. Falls nicht, dann müsst ihr euch hier mal beim Finanzamt nachfragen, wie das für euch geltend ist. Des Weiteren haben wir direkt hier die Lucid-Registrierungsnummer, die wir mit angeben müssen. Ist zwar kein Pflichtfeld, aber schlussendlich betrifft euch das. Falls ihr mehr Informationen dafür sehen möchtet, habe ich dazu bereits Videos gemacht. Schaut es gerne oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung nach. Und ihr habt hier die Möglichkeit, dann eine Handelsregisternummer einzutragen. Als natürliche Person seid ihr da meistens nicht mit drin. Aber falls ihr das habt, dennoch mit angeben. Und natürlich die persönlichen Angaben zu eurer Person. Habt ihr aber jetzt eine Personengesellschaft oder juristische Person ausgewählt, dann natürlich hier euer Unternehmensname, wie diese auch registriert wurde. Die Rechtsform, GmbH beispielsweise, auch hier eure Umsatzsteuer-IDs, Lucid-Nummer und Handelsregisternummer. Die ist Pflichtern und das Registergericht soweit auch. Geschäftsführer müsst ihr dementsprechend hier auch namentlich benennen. Falls es mehrere sind, fügt ihr die natürlich mit an. Und was ihr hier auch gesehen habt, die Shop-URL könnt ihr hier auch mit angeben, die ja dann für euer Paket auch eingeblendet wird. So, und darunter seht ihr nochmal die Unternehmensadresse, die ihr dann angeben müsst. Und die Bankverbindung natürlich nicht vergessen. Alle Punkte, die ihr seht, hier auch mit Sternchen gekennzeichnet, sind natürlich Pflichtfelder. Meine Dokumente. Jetzt kommen wir zu den Dokumenten, die wir hochladen müssen bei kaufland.de und diese zur Verfügung stellen. Als allererstes beginnt das Ganze hier mit dem Personalausweis. Und dann habt ihr hier den nächsten Punkt für eine Personengesellschaft, ein Handelsregisterauszug. Dieser Handelsregisterauszug, wie es hier so schön steht, darf nicht älter als vier Wochen sein. Mein Handelsregisterauszug ist vor vier Jahren erstellt. Den habe ich jetzt auch nie aktualisiert. Der sollte eigentlich auch nie geändert worden sein. Dementsprechend habe ich den mal einfach hier hochgeladen und gucke, ob das funktioniert oder nicht, weil ich ja die Registrierung mit euch zeitnah hier auch direkt zeitgleich mit euch mache. Falls ihr schon damit Erfahrung habt und kaufland das Ganze nicht akzeptiert hat und ihr musstet das irgendwie auffrischen, beglaubigen, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr das Ganze gelöst habt, wo ihr das Ganze gemacht habt. Das würde mich und den anderen auch weiterhelfen. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar wirtschaftliche Berechtigten. Da gebt ihr natürlich an, als Personengesellschaft, wer an dem Unternehmen beteiligt ist, zu wie viel Prozent und so weiter. Und als letzten Punkt einen Gesellschaftervertrag oder eine Satzung. Diese Daten habt ihr in der Regel alle, wenn ihr eine Personengesellschaft oder juristische Rechtsform gegründet habt. Das sollte alles kein Problem sein. Das ladet ihr dann hoch. So und als letzten Punkt habt ihr hier dann den Ansprechpartner. Für den Kundenservice müsst ihr wählen. Ihr könnt hier auch einen separaten Ansprechpartner für den Händlersupport wählen. Da könnt ihr dann dementsprechend verschiedene Namen oder auch E-Mail-Adressen und Telefonnummern wählen. Wenn ihr das Ganze dann soweit abgeschlossen habt, drückt ihr auf Speichern und zur Übersicht. Dann bekommt ihr eine Übersicht über alle Angaben, die ihr hier in dem Prozess der Registrierung gemacht habt. Und dann kontrolliert ihr nochmal alles genau und sendet das Ganze ab. Dann bekommt ihr an die angegebene E-Mail-Adresse eine Mail, wo dann steht, dass der Antrag geprüft wird und innerhalb von zwei bis drei Werktagen dann ihr kontaktiert werdet. Und dann bekommt ihr dementsprechenden Zugang oder nicht. Dann fehlen vielleicht noch ein paar Daten, die ihr ergänzen müsst. Und das sehen wir uns im nächsten Video an. Wir werden uns das Dashboard, das Backoffice von kaufland.de anschauen, wie das Ganze einzurichten ist, weiter mit Einstellungen zu versehen ist. Das folgt in den weiteren Videos. Falls dir das bis hierhin gefallen hat und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Spaß bei der Registrierung und viel Erfolg.